Es war ein zauberhafter Sommer. Noah war ein Junge vom Land. Ellie kam aus der Stadt. Sie lernten sich auf dem Volksfest kennen. Sie waren sehr unterschiedlich. Aber als Noah Ellie an dem Abend sah, war er wie vom Blitz getroffen. Gehst du mit mir aus? Nein. Nein? Verdammt, meine Hand rutscht ab. Okay, gut, ich gehe mit dir aus. Was? Nur weil ich dir leid tue, oder was? Nein, ich möchte es. Hör es laut. Ich geh mit mir aus. Ich will mit dir ausgehen. Na schön, na schön, dann gehen wir eben aus. Die beiden verliebten sich? Ja, allerdings. Wurdest du mit mir tanzen? Natürlich. Das ist eine gute Geschichte. Ich glaube, ich habe sie schon mal gehört. Es ist ein Traum. Was arbeiten Sie, Noah? Ich arbeite im Sägewerk. Wie viel verdienst du mit dem Job? 40 Cent die Stunde. Die Sache hört sofort auf. Noah? Er ist ein netter Junge, aber er ist nichts für dich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Du wirst ihn nicht wiedersehen und damit basta. Nach dem Bestseller von Nicholas Barks. Oh, Miss. Wollen wir ausgehen? Erleben Sie eine Geschichte? Es ist normal, dass man seine erste Liebe nicht vergisst, aber ich will dich für mich allein. Heirate mich. Über das, wonach wir uns sehnen. Ich habe dein Foto in der Zeitung gesehen und wollte mal nachsehen, ob es dir gut geht. Womit wir uns abfinden. Mein Verlobter wartet auf mich. Wie ging es weiter? Für wen hat sie sich entschieden? Und für wen wir bestimmt sind. Warum hast du mir nicht geschrieben? Ich habe sieben Jahre auf dich gewartet. Ich habe dir ein Jahr lang jeden Tag geschrieben. New Line Cinema präsentiert. Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Rodens, James Marston mit Sam Shepard und Joan Allen in einem Film von Nick Casavitis. Ich lese es ihr vor und sie erinnert sich. Nie ein einziger Tag.